Okay, also erkenne den Anime-Charakter. Aber diesmal mit 50 und ohne den auf Leicht gestellten Bot Nick. Bruder. Den auf Leicht gestellten Bot Nick. Shots fired. Wir machen erstmal eine Wette, wer gewinnt, Daniel oder ich. Bruder, ich sag echt, ich würde sogar mein Geld auf dich setzen. Ja, doch, wir wissen mehr Confidenz. Bruder, du hast letztes Mal, du hast irgendeinen erkannt in einem Spiegel oder so gefühlt. Ja, das ist manchmal ein B-Legend. Außerdem ist unfair, du bist schon gewöhnt, diese Ace-Quizzes. Ja, das stimmt. Das ist wie Heim-Ground. Das ist auch Heim-Ground. Absolut, Heim-Spiel ist das. Hat Megurir eine Zukunft neben Ruffy bei solchen Quizzes? Ich weiß es nicht. Man weiß nicht. Multiplayer-Regeln, pausieren verboten, jeder darf nur einmal raten. Ich pausier trotzdem, wenn... Wer zuerst den Charakter erkannt hat, bekommt den Punkt, der mit den meisten Punkten gewinnt. Ich mach trotzdem Pause. Wie heißt das, von Kuffmohn-Wander? Ich mach trotzdem Pause immer, wenn einer durch ist, ne? Da ruht, ja, ja. Dass du bescheid weißt. Nicht, dass mir gerade nachher nichts gesagt wird. Okay. Was geht schon los? Äh, Gojo. Ich hab noch den Chat gelesen, Mann. Ja, ist immer schuld, Digga. Ja, Bruder, ich wollte noch einmal ganz kurz... Ich wollte noch einmal den ins Liebe geben. Was für eine mächtige Hand, Junge. Oh, ich weiß, glaube ich... Oh, Galant. Nein! Ich hab verkackt, das ist nicht Galant. Bruder, wer ist das? Ach, das ist, äh, Ruler. Nein, das ist Dings. Er sagt, Ruler. Das war ein Fing-Point. Das ist Lancer, Digga. Lancer, Digga. Oh, scheiße. Ruler. Aber hast du geahnt, dieses Rote, kennst du gar nicht aus Family Sins? Ja. Weißt du, warum ich bei Ruler war? Wir haben gerade auf diese Scheiße reagiert, mit diesen... Wir haben gerade auf so Sportmomente reagiert und da haben wir uns die ganze Zeit über den lustig gemacht. Er sagt einfach Ruler. Was ist Ruler? Bruder, Lancer. Neuen Charakter, einfach... Oh. Oh. Äh. What the hell? What the hell? Hä? Boah, wer ist das? Oh mein Gott. Gar nicht wiedererkannt. Oh, ich, äh, ich bin nicht sicher. Oh, äh, Judy. Ich dachte erst mal Leute, Digga. Aber im Azul dachte ich Leute. Ah, nein, das ist der Brody. Der Brody, Judy Briar, Digga. Boah, das ist übertrieben schwer. Wie kommst du da raus? Äh, Mann. Du bist doch ein... Oh, boy, Digga. Ey, ist keiner Pick, Junge. Von Yu-Gi-Oh 5Ds. Crow Gang, rise up, baby. 5Ds ist so geil. 5Ds ist so Liebe. Oh, shit. Äh, äh. Ne. Hä? Hä? Ich dachte, Digga. Hast du gesehen? Aber geiles Bild gewesen, ne? Wo das so ist. Ja, hab ich nicht mal geguckt, Bruder. Ich hab, äh, Dingens. Ich dachte, das wäre, ich dachte kurz, das wäre Toga aus My Hero Academia einfach. Boah, ich wünsche dir das gesagt, dann wäre das mir mit Ruler nicht mehr so peinlich. Oh, das schreit. Hä? Hä? Edward? Yes! Oh, gee! Alter, crazy! Oh. Oh, was ist denn das? Hä? Ich weiß, das ist die Waschmaschine von My Hero. Keine Ahnung, wie die heißt. Das ist stark, Digga. Den geb ich dir auf jeden Fall. Saber, Alter. Ja. Ja. Boah, Zunuk hab ich gewartet. Ich wollt Lanzelot sagen, Digga. Zunuk hab ich gewartet. Oh, ähm. Ähm. Maki. Digga, der Spagat hat sich eingebringt. Ich weiß doch, wer sie ist. Hä, Bruder, welches Bild ist das von ihr? Ach, Bruder. Maki's Sehnen, Digga. War echt? Fubuki. Hast du mich genommen. Hast du mich genommen. Der Mantel ist es, Digga. Der Mantel ist es. Bruder, wie schneidest du die Dinger aus? Ist ja geistkrank. Äh, King. Digga, der Knopf. Chill doch mal ein bisschen. Hast du den Knopf gean? Chill mal ein bisschen. Nein, Digga, nix chillen. Hast du den Knopf gean? Chill mal. Zementos. Bruder, bist du eigentlich, also willst du mich verarschen? Ja, aber er ist doch meine Liebe, ne? Digga, er ist die Liebe, um es lesen. Was soll ich machen, Digga? Oh. Nee. Hä? Ähm. Mann, One Piece Drake's Drake. Oh. Bro. Ey. Ich wollte einfach, Digga, ich war schon kurz davor, Pito zu sagen. Aber guck mal, dieser Mantel mit diesen weißen Haaren. Ich dachte, Pito kurz. Aber sei ehrlich, wenn du nur das sehen würdest. Nur das hier. Das wird einfach fit. Boah, der X-Track lag mir so auf der Zunge, ich konnte den nicht aussprechen. Ich hab ne Ahnung. Äh. Oh, der, nee, der hat die Stühle. Oh, Mann, Digga. Oh, aus Süßdokaisen, der mit dem. Ach, ich, ich kann, ich kann seinen Namen nicht, Digga. Ich meinte den, aber es zählt nicht, ich kann seinen Namen nicht. Scheiße. Gott, ich. Was ist das? Was ist das? Lucy. Nee, er sagt. Ah, dein erster Pick hat aber gezählt. Ich sag ihn einfach nicht. Scheiße, nein. Ey, Güterro. Was? Klar, das rote Ding an seinem Arm und die grüne Strähne. Digga, nein. Geist, ich verstehe das nicht. Das ist nicht normal. Das funktioniert nicht. Wirst du mich ver... Wo? Wo hast du das erkannt? Erklär es mir. Digga, ich bin... Bruder, wie viele Teile hast du von dem gespielt? Wahrscheinlich Quiz 2. Lüge mich. Digga, ich seh die doch 24 sehen, diese ganzen Charaktere. Das funktioniert nicht. Du siehst diesen... Digga, du, du bist am Jet-Senten hier, Stadion da. Digga, er ist morgen in England, dann ist er in Rom, Digga, bei Leverkusen. Das ist in Leverkusen. Er ist in Rom auf jeden Fall. Und ich bin in der Schneidekamera. Bruder, du hast... Ich glaube, wenn du mir das hier zeigst, diesen Zipfel, und mir sagst, Real Madrid-Trikot, das geht nicht. Daniel ist ein Loser, er hat genauso viel Puzzle-Quizze gespielt wie du. Ich glaube, wisst ihr was, es gibt eine Entschuldigung für das Ganze. Du schneidest die auch in Minuten und so. Ja. Das heißt, du siehst die wahrscheinlich länger und so. Ach so, willst du mir unterstellen, dass ich das vorher schon gesehen habe? Nein, nein. Ja, die Szenen, klar hast du die gesehen. Ich habe sie auch gesehen. Ja. Ich unterstelle dir, dass du diese Charaktere öfter immer wieder im Schnitt siehst. Ich glaube, ich glaube einfach, der Unterschied ist halt so, dass die einen, sind halt Fake-NBA- und Anime-Fans und die anderen sind halt richtige Anime-Fans. Hör auf, so über Nick zu reden und mach weiter. Asta. Stopp. Du hast beim zweiten Bild erkannt an Asta. Wie? Das Ding, dieser Größe und diese Farben und so von einer der letzten Folgen. Bruder, ich sag doch, ich bin krank. Das ist nicht vertretbar. Oh. Warum sieht die Musik so laut? Was sieht hier? Ester Rosa. Ja, ist er. Hätte ich auch wissen müssen. Kam mir sehr bekannt vor, weil der Kinbad war es. Boah, gar kein Pick. Äh, Sieg. Nee, oh, kacke. Rainer. Ja. Shit. War zu spät. Alles vermöglicht, Daniel. Hat er eine Chance. Oh, ist das der? Oh, Zedif. Oh. Den Fairytale-Pick abgegeben. Den Fairytale-Pick abgegeben. Digga, was war denn bei Zedif da los? Er hat auf die Schnauze bekommen von Nazo. Äh, 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 Genia. Ich sag dir ehrlich, du solltest mal, du könntest daraus was machen. Hast du mal überlegt, YouTube zu machen oder so? Oh, ich weiß nicht. Das ist der von Black Clover. Ja, ja, ich kenn seinen Namen nicht. Scheiße. Ach. Biski? Baruch. Ja. Bis- Stopp. Biski? Ja, man, du wusstest mal, dass er muskulös ist. Biski? Ich dachte, das ist ein Biski. Jetzt ist mir doch nichts mehr peinlich, guys. Jetzt geht's mir wieder gut. Ich hab wieder Confidence, guys. Ich hab wieder Confidence. Nein, nein. Bahn. Na? Oh, wie heißt der, Dinger, aus Tokyo Rangers, der Endgegnung, aus so einer Stoffel. Ich kenn seinen Namen nicht. Taiju. Scheiße, Dinger. Ich hab einfach Bahn gesagt, weil ich schneller sein sollte als du. Okay. Ray. Welche Ray? Oh, doch. Makima. Ich dachte, ich dachte aus, ich dachte aus Promise Never and Ray. Nein. Das ist aber echt so ausführlich. Oh mein Gott, Alter. Kokodai. Oh, stark. Digga, Fortnite-Dances, Alter. Nein, nein, nein. Stark. Crazy. Comics-N-Greel. Ich hoffe, für Artie dann auch. Gold Roger? Nein. Boah, ich dachte, ich weiß, wer es ist. Ja. Ja, dass du das weißt, ist natürlich klar. Ja, aber ich war kurz bei Gold Roger. Ja, ja, kurz abgedeckt. Ich weiß es. Wer macht es doch mal? Gargiola, Gargiola, wie heißt du doch mal? Ego! Das war's egal, Dinger. Mann! Grün? Hä? Oder wer ist er? Oh mein. Warum ist das Bild denn zu von ihm? Der war ja am Lofer gehören. Oh. Hä? Hä? Okay. Gentlemen. Katana, Mann. Ach, du. Hat er mich genommen. Der Bait, Alter. Der Bait. Oh, no. Es kracht und pfeift. Sieh den. Ich muss loslassen. Hä? Äh, Mago Moto. Oh Mann, Digga, der Name kommt so spät. Ich muss dich einfach mal ablenken. Was ist das? Boah, was passiert hier? Faitan? Ah, Faitan, ja, es ist Faitan. Oh, Arfas Bruder, wie heißt der nochmal? Fucking Schindershoher. Arfas Bruder vor allem, Digga, Schindersbruder. Ich wollte gerade sagen, wer heißt Bruder? Woher kommt Arfa jetzt? Oh, ich weiß wer, aber ich weiß, wie er heißt. Der von Vinland. Snake! Scheiße, Digga, der Name. Digga, seine Klinge ist aber anders gebogen. Ist das einer aus Magi? Ne, oh, mein Kiki ist der Bruder! Oh, Lubo! Lubo, nein! Blackbears! Digga, der ist also voll easy, Alter. Ganz kurz. Bruder, bei dem zweiten. Gehen wir ganz kurz auf das zweite, wo das zweite war. Ich würde sagen, Geflügelter drin ist Raph. Bruder. Wer kennt ihn nicht, Digga, den guten, einen Geflügelten, Alter. Ich wollte... Auf Ragen, die Götterkarte. Nein, Alter. Oh, mein. Nee! Die ist der... Nein! Der Bait schon wieder! Ace! Der Bait, Alter, zu böse. Oh, das war Arcasa Bait. Bait war das? Ich weiß ja, das ist der aus Fire Force, Digga, der Dings. Der Arcasa Bait, Digga! Ich kenn seinen Namen leider nicht, aber Digga, der Arcasa... Bro, der Arcasa Bait war legendär. Das war absolut crazy, Digga. Netoro. Er ist gebrochen immer noch wegen dem Arcasa Bait, Digga. Bruder, ich wurde dreimal gebaitet. Was ist denn das? Äh, Eskanur oder Diamore. Na? Hast du auch gedacht? Bruder, ich war ganz kurz bei dir und dann hab ich diese... diese Punkte gesehen und wusste, er ist es nicht. Eskanur... Aber guck mal! Da hab ich gedacht, ja, und dann hast du's gesagt. Und dann kam da... Nee, dann... Da? Da dachte ich aber auch noch. Nee, aber da. Da. Da war vorbei. Da war vorbei. Da wusste ich erstens nicht, aber... Boah, woher soll ich den sehen? Digga, crazy. Eskanur mi Amore, sagt er. Crazy. Hä? Franky. Uh. Actually, yes. Marshall. Der heißt Mash. Ja! Ha! Heißt du nicht Marshall? Schade, Digga. Ich dachte, der heißt so wie der Anel. Oh, guck mal. Ich wollt's gerade sagen! Ich wollt's gerade sagen! Wir haben vorhin auch über den geredet. Den... Der ist so ein geiler Typ, ne? Uikawa! Der hat so einen geilen Wrist Mode. Oh, ähm... Oh! Die Ninja aus Hell's Paradise! Die Ninja aus Hell's Paradise. Ich weiß nicht wie sie heißt, aber das ist der Ninja aus Hell's Paradise. Boah, wie soll ich denn im Namen wissen? Digga Ace, was nimmst du denn für Bilder, Bro? Hä? Kiesse! Boah, stark. Der war stark. Ja. War gut. Ja! Ich sag ehrlich, trotzdem... Zehn Stück, Digga. Zehn ist okay. Actually crazy. Ist okay. Haben wir Blackbeard erkannt. Stark. Guck mal, ich bin hierher gekommen. Man muss auch den Heimvorteil dem Jungen ausspielen lassen. Aber es war okay. Es wurden 21 nicht erkannt. Boah, das ist bisschen bitter. Kannst bei Ruffy zehn abziehen, weil er Video immer vorher schaut. So macht er. Ey, Zehn ist so ein Zehn. Zehn ist so ein Zehn.